Ja hallo Freunde und es geht weiter mit ARG Ja das letzte mal haben wir noch gesehen wie ich hier zwei Decken gemacht habe, wir wollen mal gucken dass wir hier noch was finden, ich habe jetzt noch nicht weiter gespielt bis auf das letzte Video, ja mir fehlt also immer noch Leder für den Sattel, wir müssen noch Tiere, mal gucken ob wir hier, da hier, diesen Käfer der jetzt auch ganz interessant wenn man unterwegs ist, kann man hier mal ganz schnell ein bisschen Wasser trinken. Ja, wir müssen mal hier ein bisschen was futtern, ok an ein Kilo, den kriege ich jetzt leider nicht glaube ich so schnell platt, natürlich optimal für Leder, aber wir nehmen doch diesen Bauweh, komm her Hundi Leine. So, drei Leder sind drei Leder, das heißt schon mal drei Leder weniger, auch wenn es nicht sehr viel ist, aber es sind halt drei weniger, ne. so und weiter geht's, hier wird abgeholzt, welches Level hat er denn hier? Also, ok, mich wundert immer, dass, also woanders, also in das andere Arc, da sucht man sich förmlich die High Level und hier findet man doch schon ein bisschen größer, als ob das bei dem hier nicht schon hart genug ist. Ok, mach nix, ist nicht schlimm. So, wir finden ja Holz und alles, bisschen Narkotikum, ach warte mal, Narkotikum, ich glaube ich habe hier ein bisschen Gammelfleisch, ok, nehmen wir das nochmal mit, daraus mache ich auch Gammelfleisch, denn wir brauchen auch noch Narkotikum. Oh, Holz. Kann ich ein bisschen mitnehmen. Holz ist hier echt Mangelware, gerade hier, wo wir sind, da weiter unten gibt es ein bisschen was. Oh, ich bin verkehrt gelaufen mal wieder, typisch. Ah, das Vieh da hinten riecht auch nach Leder. Level 8. Ähm, ähm, nicht so wackeln, kann aber verstehen. Was ist das hier, ist das hier? Oh, ich bin da, ich bin da. Können wir was ausprobieren. Aua. Aua. Das war scheiße. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Jahr... Verdammte Kacke. Okay. Normalerweise haben sie Angst. Komm immer noch. Hilfe. Okay. Mein Plan ging nicht auf. Woher ich meinen anderen Plan... Scheiße aber auch. Ich nehme das Narcoticum. Ich mache daraus ein bisschen Narcoticum. Hier rein. Alles was man so schon mal machen kann, ist schon mal ein kleiner Anfang. Auch wenn es letztendlich nicht viel ist. Aber... Es ist ein bisschen Narcotic. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts mehr an Narcotic. Irgendwo hatte ich doch schon welches. Was ist da hier? Lage und Scheibe. Ähm... 27 Stück haben wir schon. Ist zwar nicht viel, aber es sind irgendwann halt die Pfeile, die wir dadurch produzieren können. Und... Ich denn auch... Machen... Will. So. Fangen wir gleich mal hier rein. Gut. Das brauche ich denn eigentlich hier mal noch. Ich muss mir mal ein paar... Sperreleiter erstellen. Und dann ist das Holz auch schon wieder gleich weg. Also brauche ich wieder neues Holz. Leder. Ja. Der Pfeil ist dann weggelaufen. Das gibt es nicht vorhin. Ah, Mann. Und ich verhungere schon wieder. Klasse. Die müssen erstmal weg jetzt hier. Zack, zack. Aber ich habe hier ein bisschen Futter. Ja, jetzt habe ich die Narkotik wieder auf. Ich brauche immer Platz. Ich brauche nicht. Ich will nicht so viel in meinem Inventar haben. Gebt her die Melonscheiben! Gib her! Ich werde auch ein bisschen weiter kommen hier. Ja, Sand ist auch immer gut. Wollen wir doch mal hier was trinken. Level 12. Scheiße, ich muss gleich los arbeiten, den schaffe ich denn nicht mehr zu zähmen. Ach du Scheiße, das ist natürlich ein kleines bisschen ärgerlich leider. Oh, ich bin zu schwer. Packen wir noch mal 50 zurück. Guck mal, der, nicht wenn der unser Heiser kaputt macht. Alles noch heil zu sein. Aber jetzt BP, ich komme nicht rein. Okay. So. Dann produzieren wir doch gleich noch mal ein kleines bisschen. Auch wenn ich nicht viel Melone habe. Aber Melone braucht auch nicht ganz so viel. Zack. Okay. So. Ein bisschen was futtern. Ich habe auch nicht viel Holz, nicht viel Stad. Drei Leder. Da kann ich hier wieder rein. Naja. Es ist ein Anfang, oder? Auch noch ein bisschen Sand. Zumindest ist es weg. Zack. Ja. Ja. Ich mache wieder das Ding. Stein schmeiße ich wieder weg erstmal. Brauche ich nicht. Das lagern wir erstmal wieder hier ein. Zack. Oh ne. Jetzt habe ich gerade eine Narkotikumbeere gegessen. Ich muss nur sagen, war lecker. Hier haben wir noch ein bisschen Stadge. Komm, das lagern wir einfach hier ein. Fasern haben wir im Moment mehr als genug. Die 5 können weg. Ähm. Und wirklich kann er leveln. Worauf level ich denn mal? Erstmal vielleicht noch ein bisschen auf Gewicht. Oder? Ja. So. Dann machen wir jetzt hier die Tür zu. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Arc wird immer wieder spannend. Die neue Karte ist super. Und ja. Das alte Arc ist auch noch gut. Interessant ist, dass er sich bei der Karte hat. vielleicht auch noch zeigen. Oder so. Man kann die Tiere sogar in diesen Arc in das alte Arc transformieren. Also rüber kopieren. Mal gucken. Vielleicht kommt das auch noch mal dran. Ähm. Ja. In dem Maßen sage ich erstmal. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mir macht es Spaß. Das Arc ist echt interessant. mehr Überlebungsstil. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.